hallo freunde des rechts montag eine ganze reihe von neuen themen und hier sieht man was passieren kann wenn ein großpudel mit den langen pfoten ein mikrofon bewegt und das dann auf einem handy landet das handy sieht nämlich danach so aus sieht ganz normal aus aber leider ist da ein kleiner sprung im display und das display lässt sich deswegen auch nicht mehr einschalten ich packe das handy jetzt daher etwas weiter weg aus der gefahrenzone des mikrofons jedenfalls wenn ich ein großpudel auf dem schoß habe und natürlich haftet der halter für die schäden die der hund ihm antut immer selbst und auch nicht eine versicherung dafür die themen die wir uns heute betrachten ist zum einen rassismus gegen weiße was ist von den äußerungen zu halten die die grüne jugend bundessprecherin vor fünf sechs jahren auf twitter verbreitet hatte einige von den äußern sind auch jünger gibt es einen rassismus gegen weise gibt es diskriminierungen und wie sind sie juristisch zu beurteilen dann schauen wir uns den fall ofra im gegen west den leipzig an und die beweislast verteilungen wenn wir zweimal eine beweislast umkehr hat was kommt dann am ende raus er lief in den beweislast regeln total langweilig dann schauen wir uns an was peter weber wieder neues auf der bühne von sich gegeben hat und er legt den kopf auf den schreibtisch das kennt jeder student wenn es langweilig wird und mit der pfote fällt jetzt das nächste gerät diesmal ein aufnahme rekorder wir schauen uns auch an letzten freitag weicht bei der polizeiakademie in niedersachsen und was wir so gelernt haben darüber warum die rechtsprechung manchmal von dinosauriern geprägt wird und dann natürlich gleich als erstes thema bodeschiffmann und der moneypool und was jetzt eigentlich juristisch passiert wenn das geld weiterhin eingefroren bleibt bereiten er die ok der moneypool von bodeschiffmann und da ist die frage was gibt es denn da eigentlich neues die nachrichtenlage ist ziemlich dünn ist letzten meldungen sind schon eine ganze weile her am meisten erfährt man noch von bodeschiffmann selbst der wird immer wieder gefragt wo bleibt denn eigentlich das geld ist es immer noch bei paypal ja angeblich sei es immer noch dort die 180 tage sind noch nicht rum irgendwann hatte er noch gesagt die schuld daran dass das geld nicht rausgekommen ist liegt daran weil herr jun ich also nicht bereit war gegen paypal zu kämpfen und weil ich es ja abgesagt hatte die überprüfung der spendengelder vorzunehmen und in der tat kann man sich jetzt natürlich fragen was hat die überprüfung der gelder damit zu tun dass die gelder gar nicht erst ankommen denn die anwaltliche vertretung von schiffmann gegen paypal das ist so ziemlich das letzte was auch nur ansatzweise zu diskutieren gewesen wäre aber das ist in ordnung das nehme ich nicht ernst das kann herr schiffmann gerne auch so verbreiten dass es nur an dem bösen anwalt aus würzburg lag dass herr jun sich nicht getraut hat gegen paypal vorzugehen was wir uns aber an der stelle näher anschauen können ist wie die rechtslage aussieht wir haben ja immer wieder den betrugstatbestand 263 stgb uns näher angeschaut und problematisiert inwiefern er jetzt die spender betrogen hat und da könnte man jetzt ganz naiv erstmal sagen naja es war ja nicht seine absicht und er kann ja nichts dafür dass paypal das geld eingefroren hat und da ist die justiz in der praxis aber durchaus manchmal etwas streng wenn es um die vorhersehbarkeit von schäden geht manchmal sagen die richter also wer das risiko dass ein riskantes geschäft nicht aufgeht auf seinen vertragspartner verlagert der handelt schon vorsätzlich auch wenn der vorsatz beim 263 eigentlich dolus directus ersten grades hinsichtlich einer bereicherungsabsicht ist aber hier müssen wir zwei sachen voneinander unterscheiden das eine ist war es die absicht dass die spendengelder zunächst einmal ins privatvermögen von bodo schiffmann übergehen und die zweite frage ist war es die absicht dass das geld auch jetzt im oktober 2021 den flutopfern nicht zur verfügung steht bei der ersten frage ist es so dass der tatplan vorgesehen hat dass das geld auf einem moneypool konto bei paypal gelagert werden wird und das war geld was zum privatvermögen von bodo schiffmann gehörte auf das er also auch jederzeit zugriff hatte insofern hatten wir zu diesem zeitpunkt schon eine gewisse bereicherung die sollte nicht dauerhaft sein weil man könnte durchaus herrn schiffmann glauben dass er die absicht hatte dieses geld auch tatsächlich eines tages auszukehren aber dazu ist es jetzt nicht gekommen das geld hat seinen zweck nicht erfüllt jedenfalls bis heute nicht weil zwar der bundespräsident wieder mal im ahrtal unterwegs war die ersten hilfsgelder auch schon ausgezahlt worden sind von staatlicher seite nur von dem geld von bodo schiffmann ist noch nichts im ahrtal oder in anderen regionen angekommen und da kann man durchaus aus sicht der staatsanwaltschaft sagen dass das vorhersehbar war dass es probleme geben würde mit fremdgeldern die bei paypal verwaltet werden denn paypal hatte nicht die nötigen voraussetzungen dafür um für privatpersonen fremdgelder zu verwalten darauf hatten wir schon mal hingewiesen es gibt geldwäsche gesetze es gibt nicht ohne grund strukturen eingetragene gemeinnützige vereine ander konnten anwalts ander konnten und dergleichen mit denen eine saubere und zuverlässige verwahrung von großen geldbeträgen gewährleistet wird bei so kleinen geburtstagssammlungen wo 100 euro zusammenkommen ist das mit einem manipul kein problem aber bei 700.000 euro da gelten tatsächlich schon wieder andere regeln auch andere grenzwerte um eine gewerblichkeit anzunehmen und das ist etwas das hätte man vorher sehen können ich weiß im nachhinein ist jeder natürlich schlauer aber in dem moment wo ich mit 700.000 euro agiere oder eine solche große anzahl von menschen dazu aufrufe geld zu spenden muss man sich rechtzeitig gedanken machen vielleicht auch einen anwalt steuerberater wirtschaftsprüfer fragen ob denn die struktur dafür ausreicht das hat budo schiffmann nicht gemacht weil warum auch immer weil er einfach davon ausging dass das schon irgendwie funktionieren würde es ging nicht auf wir haben gesehen dass er also probleme bekam und deshalb ist jetzt ein schaden eingetreten und der schaden ist nicht erst in dem moment eingetreten wo sicher ist dass das geld gar nicht ankommt sondern auch durch die verzögerung weil die menschen warten jetzt auf gelder die versprochen worden sind jetzt vielleicht nicht konkret die menschen die jetzt schon ausgewählt worden sind sondern die spender die das geld bezahlt hatten hatten ja die erwartung dass mit den spenden durch das schiffmannsche konto besonders schnelle und unkomplizierte war vor allem verlustfreie hilfe geleistet wird dieses versprechen wurde nicht erfüllt insofern ist es durchaus denkbar dass ein betrug gegeben ist und jetzt hat herr schiffmann das gleiche problem wie hatte er hielt man herzlich ins ausland nun abgesetzt oder ist dorthin gereist aus welchen gründen auch immer aber das macht natürlich die annahme einer fluchtgefahr umso wahrscheinlicher beim letzten mal als er noch in berlin zur demonstration nicht hinging aber aber in deutschland da hatte die staatsanwaltschaft noch keinen grund gehabt untersuchungshaft anzuordnen das könnte beim nächsten mal vielleicht anders sein aber das ist rein spekulativ wir haben bei der auslandsaufenthalt eigentlich der grund dafür war dass man den haftbefehl erlassen hatte attila hildmann hatte damals ja selbst gesagt dass er davon ausging er müsste das land verlassen weil derjenige der böse staat der ihm sein handy beschlagnahmt und eine hausdurchsuchung durchführt der würde auch bereit sein ihn für alle zeit einzusperren das ist ein rechtssatz den ich aus der praxis nicht bestätigen kann es gibt wesentlich mehr hausdurchsuchungen als untersuchungshaft befehle aber das würde dann dazu bei attila hildmann dass er dann in der türkai völlig durchgedreht ist und wir werden mal sehen ob es bei budo schiffmann ähnlich sein wird der fall gil ofarim ist schon ein paar tage alt und die fakten die neu hinzukommen halten sich in grenzen wir wissen es gab dieses video auf instagram woher ofarim beschrieb dass er nicht einchecken durfte wenn er nicht seinen stern weg packt und dass andere leute bevorzugt wurden nämlich schneller abgefertigt wurden wir wissen es gab dann demonstrationen vor dem hotel es gab keine entschuldigung der hotelleitung ein bedauern in der zwischenzeit es gab dann wiederum eine gegen anzeige bzw eine strafanzeige eines der betroffenen von einem der betroffenen mitarbeiter bei der polizei und die polizei sagte dass die schilderung in dieser anzeige gegen ofarim erheblich abweiche worin aber diese abweichung liegt und was er geschildert hat das wissen wir nicht und auch das hotel ist nicht bereit nähere details rauszurücken wie sie den sachverhalt eigentlich sehen stattdessen kriegen wir in der öffentlichkeit andere schilderungen über die eine oder andere seite über schlimme ereignisse in dem hotel oder andere unterstellungen schilderungen zu herrn ofarim das bringt uns in der sache eigentlich nicht wirklich weiter denn wir sind noch nicht so weit zu überprüfen wer ist jetzt glaubwürdig man kann natürlich spekulieren wie könnte es sich ereignet haben liegt die wahrheit vielleicht irgendwo dazwischen aber wir juristen können ja mal einen blick darauf werfen wie eigentlich die beweislast in diesem fall verteilt ist denn wir haben zwei besonderheiten nämlich zweimal eine beweislast umkehr und jetzt schauen wir uns mal an wie damit umzugehen ist betrachten wir zunächst mal das ermittlungsverfahren gegen herrn ofarim denn herr ofarim hat über herrn w den jetzt nicht namentlich nennt aber der natürlich erkennbar ist zumindest für einige menschen nicht die große öffentlichkeit aber zumindest für die hotelleitung für diese person hat er tatsachen verbreitet die geeignet sind in der öffentlichen meinung herab zu würdigen ja jetzt ist die frage sind diese tatsachen erweislich war und da sehen wir eben diese besondere konstruktion 186 187 stgb wer also etwas negatives über einen anderen behauptet als tatsachen behauptet muss in der lage sein das zu beweisen hier liegt also die beweislast bei demjenigen der die behauptung verbreitet könnte man sagen das ist jetzt schwierig für herrn ofarim er muss also einen beweis finden und zwar einen unabhängigen beweis seine aussage selbst ist kein beweis denn er wäre der potenzielle beschuldigte jetzt sehen wir uns aber mal die andere seite an herr ofarim wurde diskriminiert angeblich jedenfalls nach der schilderung aufgrund seiner religion und dann sieht man im allgemeinen gleichbehandlungsgesetz in paragraf 22 eine beweislast umkehr die besagt wenn im streitfall die eine partei indizien beweist das ist also die voraussetzung dafür die eine benachteilung wegen eines in paragraf 1 genannten grund ist zum beispiel religion vermuten lassen trägt die andere partei die beweislast dafür dass kein verstoß gegen bestimmungen zum schutz und so weiter vorgelegen hat was wir also hier sehen ist ein abgestuftes system es muss zunächst einmal ein indiz bewiesen werden also ein beweis anzeichen und das könnte zum beispiel sein ich wollte ein check nicht durfte aber nicht ein checken wohingegen dann die begründung ob jetzt rassismus oder diskriminierung das motiv war das muss herr ofarim nicht weisen nachweisen er muss aber schon den nachweis dafür führen dass es also eine benachteiligung gab dass also er zum beispiel nicht einchecken durfte so jetzt müsste man mal ein bisschen besser wissen was passiert ist gab es einen streit bestimmt spielte jetzt der david stern eine rolle oder war das eine ganz normale auseinandersetzung normal nicht im sinne von weil normal der antisemitismus ist sondern normal weil man sich über verschiedene positionen ausgetauscht hat da kann man spekulieren wir wissen es im augenblick nicht bei diesen zwei verschiedenen beweislasten haben wir die situation dass man jedes rechtsverhältnis getrennt voneinander betrachtet die üble nachrede die einem herr ofarim unterstellt wird nach 186 ist eine strafrechtliche würdigung wohingegen der 22 agg eine zivilrechtliche norm ist angeblich habe herr ofarim auch schon strafanzeige erstattet gegen das hotel aus welchen gründen auch immer da kann dann wiederum der 186 eine rolle spielen ich muss an der stelle sagen ich kann nicht vorhersagen wie dieser fall ausgehen wird denn am ende wird es doch darauf auskommen darauf ankommen dass man gewisse weitere unabhängige zeugen hört die wird es wahrscheinlich auch gegeben haben um den sachverhalt weiter aufzuklären hier kommt ein bisschen ruhe rein und das ist vielleicht auch gut für den fall damit wir vielleicht dann tatsächlich der kanzlei etwas zeit geben herausfinden was sache ist die frage war natürlich jetzt auch wie gut kann denn das ergebnis einer kanzlei sein die beauftragt worden ist von dem hotel west in leipzig oder der mutter gesellschaft wird die denn offen auch etwas zum nachteil der auftraggeber preis geben da hängt es ein bisschen davon ab wie das selbstverständnis dieser kanzlei ist ob ihr ruf und ihre glaubwürdigkeit um für sowas künftig auch beauftragt zu werden wichtiger wiegt als den mandanten in der jeweiligen situation zufriedenzustellen und da glaube ich tatsächlich dass das mandatsverhältnis an der stelle zurücktritt und nicht die große rolle spielt wenn man ansonsten eine reputation zu verlieren hat als unabhängiger aufklärer insofern glaube ich schon dass da was rauskommen könnte ich bin gespannt auf die ergebnisse was wir allerdings noch nicht genau wissen ist was mit den ergebnissen geschieht ob die veröffentlicht werden oder ob die dann irgendwo in der schublade landen unser nächstes thema ist einmal wieder peter weber von hallo meinung er ist aufgetreten in königsbrunn in der letzten woche und er nimmt stellung zu dem rechtsstreit ganzer gegen weber beziehungsweise bundesrepublik deutschland gegen weber und seine verurteilung die kann er nämlich nicht nachvollziehen und er kämpft nach wie vor dafür dass man menschen die nach seiner auffassung nicht in diese gesellschaft gehören und schon gar nicht in parlamente ausgrenzen kann und muss und eben auch als lachnummern bezeichnen soll er hat aber hier eine neue kontext geschaffen indem er seine tat sieht und das gibt er hier zum besten zunächst einmal ist er aber selbst ein opfer der nämlich von einer person ganz schlimm behandelt wird versuchen sie menschen zu überzeugen sprechen sie mit menschen er macht das durchaus geschickt menschen anspricht und wenn ich das sehe was über meine person geschrieben wird ein mensch der wenn sie das ist ein wahnsinn ich will noch eine geschichte hier unterbricht er sich selbst ich habe letztlich eine satire sendung gemacht satire jemand wir sind sexuelle bestimmung kann jeder machen wie er will wenn jemand ich habe freunde die also homosexuell die oder die lebt mit der frau zusammen was wir jetzt hier wieder erleben ist herr weber möchte etwas sagen aber unterbricht sich an der stelle das was er letztes mal gesagt hat als er den satz so angefangen hatte steht im schriftsatz nämlich es wird begründet warum es unvermeidbar war frau ganzer und andere personen zu beleidigen weil sie eben nicht so aussehen wie politiker auszusehen haben wie man sich politiker eben vorstellt wie sie gekleidet sein müssten wobei bin ich ganz sicher ob er wirklich kleidung von frau ganzer meint jedenfalls hier hat er sich unterbrochen und sagt es kann ja gar nicht sein dass ihm jetzt hier intoleranz oder beleidigung unterstellt wird weil er kennt menschen die homosexuell sind die mit frauen zusammen leben obwohl sie selbst frauen sind das ist völlig in ordnung aber hier hier gibt es nach webers auffassung eine grenze und die schilderung über sich selbst da hat er sich auch unterbrochen ich weiß nicht welchen menschen er meinte der so böse sachen über ihn schreiben würde ich kann es ja nicht sein ich schreibe nicht sondern sprechen margabriel sie erinnern sich diesen finger den er gezeigt hat bringt jetzt die geschichte in den kontext und wir haben gesagt es ging auch um corona den corona fonds um 750 milliarden und ich habe in dieser sendung gesagt 750 milliarden diese sache zusammen sein und das ist ja eu mäßig ist ja jetzt durch der aufbau fonds und dann habe ich gesagt wenn ich mir diese figuren anschaue das ist eine lachnummer so und darauf war etwas abgebildet da kursierte ein bild im netz die äußerung zur lachnummer bestreitet er nicht das war seine eigene aber er sagt jetzt dass die kippenschachtel beleidigung die stammte nicht von ihm sondern das war ja ein meme was schon im internet kursiert das ist richtig er hat es eingeblendet ob er sich jetzt zu eigen gemacht hat oder nicht das bestreitet jetzt herr weber die gerichte sind jetzt in zwei instanzen zu der auffassung gekommen dass er sich genau diese beleidigung zu eigen gemacht hat jedenfalls hat er sich nicht davon distanziert und so ist es natürlich auch hier wenn man die gleiche beleidigung immer wieder und wieder transportiert und sich davon nicht entfernt dann macht man sie sich zu eigen man transportiert sie um sozusagen auch andere leute anteil zu haben an dieser gelungenen beleidigung diesem tollen bashing das ist etwas was zum beispiel kuchen tv schmerzhaft erlebt hatte als er einen juden witz ein foto von einer brandruine als familienfoto bezeichnete und sagt es war eigentlich ein guter witz er sagt jetzt zwar nicht sein wird sondern er hat ihn halt nur wiedergegeben und deswegen kann es doch nicht sein dass er deswegen wegen volksverhetzung oder beleidigung verurteilt wird und herr weber bringt jetzt seine eigene beleidigung nämlich dass er gesagt das ist doch nur witz versucht aber diesmal einen sachzusammenhang herzustellen indem man nämlich sagt es sei ein witz das corona fonds so viel geld umfassen das könnte doch keiner bezahlen ist komisch ist nur in dem video das er da gebracht hat und damit hat sich das gericht auch sehr ausführlich auseinandergesetzt ist dieser sachzusammenhang nicht zu erkennen richtig ist dass er vorher über baerbock gelästert hat aber er hat dann das thema gewechselt kam zu dem bild mit tessa gansara und dort war keine rede mehr von corona fonds auch danach ging es nicht mehr darum das heißt es war jetzt hier kein zusammenhang hergestellt worden auch sigmar gabriel ist nicht der zusammenhang zur grünen partei als wäre das jetzt eine gesandt abrechnung mit der grünen partei peter weber hatte ja die dieses strafurteil in der berufung da ist er in revision gegangen da wird es nur um die rechtsfrage gehen inwiefern jetzt der schuld ausspruch wegen beleidigung richtig oder falsch war ob er jetzt besonders einsichtig war oder nicht spielt dabei keine große rolle ob dieser fall jetzt hier ein weiteres juristisches nachspiel haben wird das hängt davon ab ob tessa gansara strafanzeige dabei erstattet wobei wir eine neuerung im strafrecht haben wonach es jetzt nicht mehr erforderlich ist dass politiker strafanzeigen erstatten müssen denn in der vergangenheit war es sehr oft so dass sachverhalte ermittelt worden sind und dann am schluss wenn man sogar den täter schon gefunden hatte fragte man die beleidigte person wollen sie dagegen strafanzeige erstatten und viele politiker wie zum beispiel angela merkel und viele andere spitzenpolitiker sagten in solchen fällen grundsätzlich nein ich verfolge das nicht weiter und dann war die ganze ermittlungsarbeit umsonst ich war am letzten freitag in niedersachsen bei einem fachkongress der polizeiakademie und dort berichteten eben auch viele ermittler wie frustrierend es für sie ist dass sie sachverhalte ermitteln die einen aber später eingestellt werden müssen weil kein strafantrag gestellt wird und dann ist es natürlich einerseits widersinnig dass wir sagen diese sachen werden nicht verfolgt aber andererseits sind die verfolgten auch nicht sind die geschädigten nicht bereit die strafanträge zu stellen wir erleben das häufig auch und die sache ist auch nachvollziehbar aus sicht der geschädigten denn in dem moment wo sie strafantrag stellen sind ihre namen ja auch in den akten enthalten und es ist leider schon mehrfach passiert dass über die akteneinsicht des verteidigers dann bekannt geworden ist welche aussage das opfer gemacht hat oder überhaupt welche daten dafür vorhanden sind teilweise auch die adresse so dass dann die befürchtung zumindest aufkam dass racheaktionen entstanden sind da gibt es die geschichte von dem bayerischen rundfunk journalisten richard gut ja der übelste verleumdung gegen sich und seine familie versucht hatte zu unterbinden bei youtube und youtube hat dann irgendwann einfach die parteien zusammengebracht im sinne von naja dann klärt das doch mal unter euch und auf diese weise hat mir dann auf einmal seine private adresse gibt es bestimmt auch noch sehr viele videos auf youtube oder erzählungen dazu ist schon einige jahre her und so ist es leider so dass viele opfer sich zieren oder sehr zurückhaltend sind aktiv in solche verfahren einzugreifen jetzt gibt es eine neue rechtsgrundlage dass zumindest bei bestimmten personen auf einen strafantrag verzichtet werden kann wenn man nennt das relatives antragsdelikt weil ein antrag zwar möglich ist er kann aber ersetzt werden durch die annahme eines besonderen öffentlichen interesses ja soviel zu peter ich war am letzten freitag in niedersachsen unterwegs meiner heimat bei einer rechtswissenschaftlichen tagung zum thema hass kriminalität austrager war die polizei akademie in niedersachsen lauter hochkarätige polizisten mit diesen goldenen sternchen auf den schultern und weitere zwei dreihundert polizisten überall im land verteilt online zugeschaltet der oberstaatsanwalt von der mittlerweile eingerichteten spezialisierten staatsanwaltschaft gibt es in fast allen bundesländern mittlerweile erzählte dass die rechtsprechung und die entscheidungspraxis recht unterschiedlich ist zum beispiel haben wir das ja gesehen bei hängt die grünen wohl in münchen anders entschieden worden ist als in chemnitz oder eben auch bei der holocaust relativierung und aus dem publikum kam die frage ja woran liegt denn dass das so unterschiedlich entschieden wird das recht muss doch eigentlich einheitlich sein und da zeigte sich dass viele juristen einfach ganz normal jura praktizieren wie sie es gewohnt sind nämlich indem sie die bücher schauen in die kommentare schauen danach was steht da zum beispiel drin zur relativierung des holocaust eine verkleinerung muss gegeben sein einfach nur zwei sachen ins verhältnis zu ersetzen ist noch nicht strafe und man kann sehen bei meinen älteren videos ich habe versucht zu erklären warum zum beispiel die staatsanwaltschaft würzburg das eingestellt hat hat damals auch gleich gesagt das kann man aber durchaus anders sehen etwas später folgte die generalstaatsanwaltschaft münchen dieser position nicht weil sie mir folgte sondern weil sie auch darauf gekommen ist und das ist das was passiert das recht entwickelt sich das recht bildet sich fort passt sich an an aktuelle gegebenheiten und da kommen dann eben neue entscheidungen hervor und die juristen die einfach immer nur nach hinten schauen was man früher entschieden hat die werden solche neuen entscheidungen nicht produzieren sondern reproduzieren einfach nur was man bisher getan hat und dadurch kommen diese friktionen deswegen ist es so wichtig dass man dran bleibt und zu das motto sapere auto dass man es wagt den eigenen verstand zu benutzen und darüber nachdenkt ist das was wir bisher über zum beispiel holocaust relativierung volksverhetzung oder nicht ernstlich gemeinte mordaufrufe tatsächlich das was heute noch gilt nachdem sich vielleicht auch die täter angepasst haben die zum beispiel dann winzig klein ins klein gedruckte reinschreiben war nur spaß war nur satire haben wir alles nicht so gemeint und deswegen ist es so wichtig dass man es immer wieder versucht auch wenn die rechtsprechung uneinheitlich erscheint und ich habe das bild der dinosaurier an dem tag vorgebracht es gibt eben dinosaurier die einfach recht immer so praktizieren wie es in den büchern geschrieben und gedruckt steht und sich nicht so schnell anpassen aber wir wissen ja was aus den dinosauriern geworden ist auch wenn sie lange da waren und sehr massiv auch die erde bevölkert und kontrolliert haben deswegen ist es so wichtig dass man sich in diesen sachen weiterentwickelt dass wir neue sachen ausprobieren und ich habe mich besonders gefreut dass eben polizisten in allen diensträngen sich für das thema interessieren später kam noch ein schöpfer auf mich zu und sagte wieso gibt es eigentlich keine fortbildung für uns schöpfen wir müssen das doch auch besser verstehen sowohl die technik als auch die mechanismen was es bedeutet für täter opfer staat plattform betreiber und die regulierung ich hatte jedenfalls einen haufen spaß bei der veranstaltung es hat sich gelohnt da mal hoch zu fahren auch wieder andere protagonisten wieder zu treffen mit denen man immer wieder zu tun hat ich habe keine powerpoint gehalten sondern die polizisten aufgefordert sich ein schraubild selbst auf das auf die blöcke zu malen mit zwei augen einer nase für opfer täter plattform betreiber und unten den staat rechtsverfahren und rechts setzungen also legislative und dann natürlich die justiz und mir ist das ein persönliches anliegen an diesem thema dran zu bleiben gerade jetzt wo sich vielleicht eine neue bundesregierung konstituiert die mit neuen parteien neue ideen dazu hat und da bin ich gerne bereit erfahrungen beizusteuern oder auch einfach nur zu erklären was wir in der vergangenheit bisher getan haben so liebe freunde des rechts nelly ist unterm schreibtisch eingepennt mittlerweile wartet dass wir endlich nach hause gehen können sie findet jura nämlich eigentlich gar nicht so spannend wenn ihr das anders seht dann könnt ihr irgendwo dieses glocken ding ins da suchen und da drauf drücken dann findet ihr oder kriegt ja schnell eine mitteilung wenn wieder was neues auf diesem kanal stattfindet ansonsten vielen dank für das zuschauen wenn ihr neue themen habt die man mal aus der juristischen seite beleuchten sollte schreibt sie in die kommentare rein entweder hier oder auf twitter mit dem account anwalt jun bin ich dort unterwegs und diskutiere gerne und aktiv mit bis dann bis zum nächsten mal